German Open 2019 Neben mir die nächste Meisterin und Gratulation, herzlich willkommen, der deutschen Meisterin in der Western Pleasure-Jugend, Emily Kern. Hallo! Hallo, danke schön! Herzlichen Glückwunsch vom kompletten Team. War natürlich sehr spannend und emotional, weil es waren schon ein paar Granaten mit in der Prüfung. Also, ja, da kannst du sehr stolz auf dich sein. Du hast ein zauberhaftes Schwert, my special is best. Erzähl mal ein bisschen. Ja, das ist jetzt eine neunjährige Quarterstute und sie wird auch geschaut von meinem Trainer, Philipp Dammann. Der hat auch gestern die Senior Western Pleasure gewonnen mit ihr. Und ja, sie ist von A, best of sudden. Gut, Philipp war gestern auch schon auf der Couch, hast du gerade auch schon erzählt. Was sind denn deine Ziele noch für die Go dieses Jahr? Ja, dieses Jahr habe ich gar nicht mehr so viel. Also, ich stehe noch für die Mannschaft, die Pleasure wieder. Und dann, ja. Dann erzähl noch ein bisschen, was machst du? Gehst du schon arbeiten? Wie gehst du noch zur Schule, Studium? Was machst du? Nee, ich gehe noch zur Schule in die 10. Klasse jetzt. Okay, gut. Ja, dann Mannschaft in der Pleasure am Samstag. Dann sind die Daumen gedrückt und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Schön, dass du bei uns warst. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020